Hallöchen liebe Leute! Willkommen zurück zu Super Metroid! Ja, und ich bin jetzt hier in diesem... einem Gang hier... Ich zeig euch mal kurz, wo ich reingegangen bin. Ich zeig euch mal, wie wir hingeladen sind. Dieser Raum war ja die ganze Zeit soooo... Jetzt mit diesem Space Jump können wir eigentlich mal hingehen, wo wir wollen. Und so auf Trim, wie wir sogar wollen. Das ist sehr gut. So. Mal. Jetzt hat sie es wieder nicht gemacht. So, guck mal, manchmal macht sie es bei mir nicht. Das fliegt voll zum Kotzen. Na? Danke, Mädchen! Oh Gott! Neue Stachelgegner! So. Braves Mädchen! Am Ende hier ist schon Samus wie eine Kuh. Rutsch. Guck mal, manchmal setzt es nämlich nicht ein. Und das hasse ich an Samus. Das geht mir manchmal wirklich ein bisschen auf den Sack. Das einzige, was mich manchmal wirklich ein bisschen stört. So, als würde sie genau so kommen. Siehste? Guck mal, ich drücke Sprung-Taste den richtigen Augenblick. Aber setzt es wieder nicht ein. Und das ist was, was mich ein bisschen... Er zahlt sich auch nicht. Cool. Klasse Mädchen. Sehr gut gemacht. Bin sehr stolz auf dich. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Was ich noch immer da? Nein. Hier ist nichts mehr. Warum die sind so leuchtet, habe ich keine Ahnung. Das wäre jetzt auch gerade egal. So, was war das vorhin? Oh, Mädchen. So ist gut. Siehste? Die letzten paar Meter hättest du das Ohr noch schaffen können. Warum schaffst du die letzten paar Meter? Ja. Ja, endlich. Die Tür war nicht vorher zu. Jetzt kommt er endlich ein. Meine Fresse. Ich bin ein Rad. Ich bin ein Rad. So. So. Oh, Mann. Ich bin ein Rad. Stab, du Scheißviech. So. Hier nochmal. Das ist ein Geist! Moment, da kommt's hin! Yay! Schaff! Super! Man, Samus, ich bin so stolz auf dich! Hey, was ist das denn? Ein Kack auf! Egal So, dann, toll! Was ist das? Ein Plasmabeam! Ist das der Karsamon? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ja, ich kann die Typen angreifen! Mal Zeit! Ich kann euch Plasma! Guck mal, er zieht Zinsen wieder nicht ein. Ich hasse das voll, dass sie es manchmal nicht einsetzt. Du wirst mich jetzt nicht runter, du Arsch! Jetzt habe ich einen Krasseren wie Blumenbeiget. Wo muss ich denn jetzt? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass ich jetzt schön fertig bin hier. Boah! Schon wieder, Mann! Du sollst da hoch, Mädchen! Du bist der Kuss. Kannst du nicht auf? Du sollst da hoch, Mädchen! 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 Und runter. Ah, das ist ja hier. Und geht mal kaputt. Oh, scheiße. Jetzt geh ich mich wieder da lang. Hier war ich mich noch nicht langgegangen. Oh man, Samus. So. Oh man. Hey. Cool. Du schickomm. Gebeck. Oh, was ist das? Hallo? Hm. 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 Nichts. Was? Guck mal kurz, vielleicht ist hier noch ein Wort. Hm. Ja. Oh, jetzt find ich die Map! Oh, da ist ja noch was an der Seite! Da ist auch noch was, da ist auch noch was! Oh, das ist ja noch ziemlich viel! Oh, da ist ja noch was an der Seite! Oh, die sind ja noch was, hallo? Oh, das ist ja noch was, was er nicht so? Hallo? Ah, hier gibt's schon Rust! Oh, das war ja noch was... Oh, da ist noch was! so eine Verbindungsstelle hier wie er war, oder? Ja! Ja! Ich glaube, egal was, wir sind nicht mehr zurück. Na, dann mal gucken. Na egal. Super. So. Können wir kurz mal speichern hier? So. 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 Ich glaube, dieses Space stinkt, so wie es geht's los. So. Tolles Zeit. So. Tolles Zeit. Cool. Und wie mag ich dich jetzt best, John? So. 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 Ah, ich passe jetzt auf die altmodische Art. Was hab ich gerade gesagt? Altmodische Art. Na los, baldig. Jetzt falle ich natürlich runter, ist klar. Ey, warum nutzt ihr das jetzt? Versteh ich nicht, ey. Manchmal setzt sie hier ein, manchmal setzt sie hier nicht ein, manchmal setzt sie hier doch ein, dann setzt sie hier nicht ein. Mädchen, entscheid dich bitte. Da müssen wir gucken, ob ich jetzt eigentlich hier... Da sind wir noch zwei Sachen, die ich unbedingt habe. Ich mache das jetzt immer auf die altmodische Art. Was hab ich gerade hier gesagt? Altmodische Art. Oh, wie geht's eigentlich gerade hin? Ah, das ist richtig gestoppt. Mein Fresse, ey. So was hasse ich immer, wenn das nicht funktioniert. Manometer, ey. Ey. Ey, fickt euch alle. Fick dich. Ja, danke. Mann. Mann. Hab ich jetzt weiter. Danke. Oh. Ey, das gibt's doch eigentlich nicht. Das dauert ja Jahre, bis du nicht mal hier durch bist. Ey. diferentes. Oh, mach wir wirklich. Oh. Hey, das hätte uns nicht downloadshow darei. Ich liebe das. Ich distintos da. Es sei denn, wenn du das einsetzen willst. Er macht den meisten nicht, denn du das aber nicht brauchst, entspricht. Dann das macht doch so, ich Vai in Terror. Als ich ehrlich noch keine Marsai seinais dazu. Einmal die tresne Frage, ich will euch aber noch noch zeigen. Es dauert ein paar Jahre, etwas länger, aber es ist mir egal. Meine Männer. So, so... Es ist mir jetzt scheißig ob der Parten muss ich gleich oder was? Ich will euch das zeigen Das ist doch so richtig Scheiß, was auch die... So, das alles zu platzieren, durchgehen, da, da, hin. Weg. Weg. So, hier wollte ich hin. Ihr wisst ja, was hier war. Hier ist diese Statue, in der ich da habe. Da wir wieder einen besiegt haben, wir haben uns das jetzt angeguckt. Wieder einer tot. Das heißt, wir haben noch einen einzigen. Und das ist Ridley. Ridley ist der letzte Boss in diesem Spiel, glaube ich mal. So, und dann... Naja, wir werden wieder sehen, dass alles kommt. Alles okay. Dann bis zum nächsten Part von Super Metroid. Tschüss.